Als Dorf an der Park. Wespenplage hoch 10 hab ich echt noch nie erlebt sowas. Die Auregio Bahn fährt erst ab 5.20 Uhr, so dass wenn man eine Schicht Arbeit hat, man nicht rechtzeitig zum Arbeitsplatz finden würde. So ein verkrackter Opa im Bus hat uns nicht aussteigen lassen, haben 10 Mal auf Stopp-Taste gedrückt, der guckt uns schief an und fährt weiter der Kaki. Kaum noch gute Möglichkeiten zum Bummeln oder Shoppen. Allerdings zwei gute Cafés.